In dieser Flugstunde fliegen Sie ohne Passagiere an Bord von Edinburgh nach Glasgow. Das ist eine Strecke von nur 530 Meilen und eine gute Gelegenheit, Ihre Fähigkeiten bei der Steuerung des Bombardier CRJ 700 zu testen. Während wir auf die Starterlaubnis warten, möchte ich Ihnen ein paar Dinge erläutern. Das Steuern eines Jets unterscheidet sich nicht wesentlich vom Fliegen mit einer kleinen Propellermaschine. Es gibt nur wenige grundsätzliche Unterschiede. Zunächst fällt Ihnen wahrscheinlich auf, dass das Instrumentenbrett verschieden ist. Anstelle der vielen runden mechanischen Instrumente sind lediglich ein paar große Computerbildschirme vorhanden. Die meisten der angezeigten Informationen sind dieselben, nur die Darstellung ist anders. World Travel 221, halten Sie bei Startbahn 6 rechts. Verkehr ist eine 747 im Endanflug. Wir halten bei 6 rechts, World Travel 221. Dieser Funkspruch war für ein anderes Luftfahrzeug bestimmt. Unser Rufzeichen ist Orbit 526. Ich kümmere mich bei diesem Flug um den Funk, sodass Sie nicht darauf achten müssen. Sie erhalten die Anweisungen direkt von mir. Die Anzeige auf der linken Seite ist die primäre Fluganzeige, auch PFD genannt. Auf der PFD sind mehrere Instrumente in einer Anzeige zusammengefasst. Der blau-braune Bereich in der Mitte der PFD ist ein Fluglageanzeiger. Das vertikale Band auf der linken Seite zeigt die Fluggeschwindigkeit an, während das rechte Band die Flughöhe angibt. Am unteren Rand befindet sich in der Mitte ein Kurslageanzeiger, auf dem der Steuerkurs angezeigt wird. Rechts daneben sehen Sie ein Variometer. Diese Art der Glasanzeigen erfordert einige Zeit der Eingewöhnung. Sobald Sie sich mit ihnen jedoch vertraut gemacht haben, werden Sie deren Nutzen rasch erkennen. Rechts neben der PFD befindet sich die Navigationsanzeige, auf der die Position des Flugzeugs relativ zu den Navigationshilfen und der geplanten Flugroute in der Vogelperspektive dargestellt wird. Sie können die Darstellung der Karte mit Hilfe der Format- und Bereichsknöpfe am linken Rand des Instrumentenbretts anpassen. Wenn Sie möchten, können Sie es direkt ausprobieren. Gut. Die dritte Anzeige ist das System zur Triebwerküberwachung und Benachrichtigung der Besatzung, kurz ICAS. Auf der Standardseite werden Triebwerkinformationen, die Position des Fahrwerks und der Klappen, die Treibstoffmenge sowie Warnhinweise angezeigt. Sie können einen Bildlauf durch die verschiedenen ICAS-Bildschirme durchführen, indem Sie am unteren Rand der Anzeige auf die nach oben bzw. nach unten weisenden Schaltflächen klicken. Auf jedem Bildschirm werden Informationen zu einem anderen Flugzeugsystem angezeigt. Sie übersteuern. Drücken Sie nicht so stark auf den Steuerknüppel. Verwenden Sie für diesen Flug die ICAS-Anzeige mit den Triebwerkinformationen. Die oberen Anzeigen sind mit N1 bezeichnet. Während des Flugs erhalten Sie von mir Empfehlungen für die Schubeinstellung. Verwenden Sie den Leistungshebel am Joystick oder drücken Sie F2 und F3, um die N1-Anzeigen den Empfehlungen entsprechend anzupassen. Die Reihe mit Tasten und Knöpfen direkt unter der Windschutzscheibe ist die Modussteuerung für den Autopiloten. Auf diesem Flug wird der Autopilot nicht verwendet, sodass Sie diese Einstellungen ignorieren können. Ein wesentlicher Unterschied zwischen einem Jet und einem Flugzeug mit Kolbenmotor besteht darin, dass bei einem Jet die Triebwerke erst einige Zeit hochgefahren werden müssen. Dies hat zur Folge, dass es beim Erhöhen oder Verringern des Schubs einen Moment dauert, bis das Flugzeug reagiert. Aufgrund dieser Tatsache und der höheren Geschwindigkeit des Jets ist eine vorausschauende Flugweise erforderlich. Genau wie Flugzeuge mit Kolbenmotor verfügen Jets über Klappen. Diese werden beim Starten und Landen verwendet, um Auftrieb und Luftwiderstand zu erhöhen. Fahren Sie die Klappen für den Start nun auf 20 Grad aus, indem Sie dreimal F7 drücken. Achten Sie auf die Klappenanzeige auf dem ICAS. Orbit 526, halten Sie bei Startbahn 6 rechts. Wir halten bei 6 rechts, Orbit 526. Folgen Sie der 737 vor uns, halten Sie jedoch bei der Startbahn. Lösen Sie die Bremsen durch Drücken der Punkttaste und erhöhen Sie etwas den Schub, damit das Flugzeug ins Rollen gerät. Wir halten bei der Startbahn. Gut, halten Sie hier an. Noch eine letzte Bemerkung. Während wir vor dem Abheben auf der Startbahn rollen, sage ich 4 Geschwindigkeiten an. Wenn ich die Anweisung 80 Knoten gebe, achten Sie auf das Band für die Fluggeschwindigkeit, um sicherzustellen, dass das Flugzeug beschleunigt und in etwa mit der angesagten Geschwindigkeit rollt. Wenn ich V1 ansage, bedeutet das, dass wir die Geschwindigkeit erreicht haben, bei der wir abheben müssen, da der verbleibende Weg auf der Startbahn zum Anhalten nicht mehr ausreichend ist. Sobald ich rotieren sage, ziehen Sie den Steuerknüppel leicht nach hinten, um die Nase anzuheben. Mit der Anweisung V2 haben wir schließlich die sichere Mindestgeschwindigkeit erreicht, bei der wir auch mit einem ausgefallenen Triebwerk sicher steigen können. World Travel 221, Windstill, Standerlaubnis erteilt. World Travel 221 rollt. Orbit 526, rollen Sie in Position und warten, Orbit 526. In Ordnung, wir haben Freigabe zum Rollen auf die Startbahn, jedoch noch keine Starterlaubnis. Rollen Sie vorwärts und schwenken Sie nach rechts auf die Startbahn. Halten Sie an, sobald Sie die Startbahn erreicht und das Flugzeug an der Mittellinie ausgerichtet haben. Drücken Sie um Schalt 5, um das obere Instrumentenbrett einzublenden und schalten Sie die Landescheinwerfer ein, indem Sie auf den Schalter unten links klicken. Drücken Sie anschließend erneut um Schalt 5, um das obere Instrumentenbrett auszublenden. Bevor wir starten, sollten wir den Ablauf noch einmal genau durchgehen. Sie steuern das Flugzeug, ich bediene den Funk. Ich gebe die Anweisungen 80 Knoten, V1, Rotieren und V2. Wenn ich die Anweisungen rotieren gebe, ziehen Sie den Steuerknüppel leicht nach hinten, bis die Nase 15 Grad nach oben weist. Dies können Sie auf der primären Fluganzeige überprüfen. Sobald wir uns im Steigflug befinden, werde ich Sie anweisen, das Fahrwerk einzufahren. Sobald wir uns 1000 Fuß über der Startbahn befinden, werde ich Sie anweisen, die Nase auf 10 Grad über der Horizontallage abzusenken und die Klappen einzufahren, damit wir beschleunigen können. Der erste Steigflug erfolgt bis auf unsere Reiseflughöhe von 6000 Fuß. Der Startfluglotse wird uns daraufhin vermutlich anweisen, eine Linkskurve nach Westen zu fliegen. Ich gebe Ihnen dann Bescheid. Orbit 526, Windstill, Starterlaubnis für Startbahn 6 rechts erteilt. Starterlaubnis erteilt, Orbit 526. In Ordnung, wir haben Starterlaubnis. Wenn Sie bereit sind, verwenden Sie den Leistungshebel am Joystick oder drücken Sie die F3, um den Schub zu erhöhen. Starten Sie mit 50% N1. Warten Sie, bis sich die Triebwerke stabilisiert haben und erhöhen Sie dann den Schub auf 100%. 80 Knoten. V1, rotieren. Heben Sie die Nase langsam auf 15 Grad nach oben. V2, positive Steigrate, Fahrwerk einfahren. Drücken Sie G, um das Fahrwerk einzufahren. Orbit 526, rufen Sie die Abflugkontrolle. Okay, justieren Sie mit Hilfe des Steuerknüppels die Längsneigung so, dass die Nase auf der primären Fluganzeige 10 Grad nach oben weist und fahren Sie die Klappen ein. Verringern Sie den Schub auf ungefähr 80% N1, um die Geschwindigkeit unter 250 Knoten zu halten. Steigen Sie und halten Sie auf 6000 Fuß. Orbit 526, schalten um. Edinburgh Abflug, Orbit 526 bei Ihnen. Wir steigen auf 6000. Orbit 526, roger. Orbit 526, drehen Sie nach links auf Steuerkurs 270. Orbit 526, links nach 270, Orbit 526. Okay.